Liebe Freunde, morgen ist es soweit. Wir wählen das EU-Parlament. Eine für Österreich sehr, sehr wichtige Wahl. Und ich bitte euch und fordere euch auf, morgen auch zur Wahl zu gehen. Zum einen, weil es eine Richtungsentscheidung ist, mehr Macron, mehr Merkel oder mehr Salvini, Orban und Harald Belimsky. Es geht morgen um mehr Österreich in Brüssel, um mehr für unsere Heimat. Deshalb jetzt erst recht und morgen unbedingt hingehen und alles mobilisieren. Liebe Freunde, ich möchte an dieser Stelle unserem steirischen Spitzenkandidaten Georg Maier ganz herzlich für seinen Einsatz im Wahlkampf in den letzten Wochen danken. Georg hat mit seinem Team einen fehlerlosen Wahlkampf hingelegt und ich bitte euch, ihn auch mit einer Vorzugsstimme am Sonntag dafür zu danken. Mehr Steiermark in Brüssel tut den Eurokarten definitiv gut. Liebe Freunde, herzlichen Dank für eure Unterstützung in den letzten durchaus auch schwierigen Tagen für uns. Wir haben gezeigt, wie geschlossen wir sind. Setzen wir morgen den nächsten Punkt unseres Erfolgsweges. Jetzt erst recht FPÖ. Unterstütze Georg Maier am 26. Mai mit deiner Vorzugsstimme, weil es um unsere Heimat geht. FPÖ. jetzt erst recht.